Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich erfülle einen Wunsch von meinem Freund. Dem werde ich jetzt nicht sagen. Einmal habe ich den gegrüßt. Da wollte ich auch den Namen sagen. Aber jetzt... Doch, ich sage jetzt den Namen. Und zwar mein Freund. Jetzt habe ich so gedrückt. Mein Freund Jona wollte das Video unbedingt haben. Dass ich heute ein Video wieder drehe. Ich erfülle einen Wunsch. Weil FIFA macht mir auch sehr Spaß. Und nicht so dringend Spaß. Gestern habe ich drei Niederlagen verloren mit dem Bayern. Ich kann ja auch mal verlieren. Das weiß ich selber mit dem Kopf. Dass ich auch mal verlieren kann. Und... Dritte Stadion. Ja. Fällt schon wieder das... Tab um. Äh, wir können dann... Spieler gratis. Ja. Wir reden nochmal wegen gestern. Äh, Mist. Team Updaten. Ja, ich rede jetzt über gestern, warum ich drei Niederlagen mit meinen Bayern hatte. Ich nehme ja auch nicht die Bayern-Karriere auf. Irgendwann kommt ja... Vielleicht eine Gladbach-Karriere oder so. Gladbach wäre heftig, heftig. Da habe ich ja drei Spiele gewonnen. Heute spielen wir noch ein Spiel. Und das muss jeder wissen. Nee, jeder weiß es nicht. Ich benutze immer 3-5-2. Weil... Das ist hier die beste Position für mich in FIFA Mobile. Meine Lieblingsinformation ist eigentlich 4-3-3. Zum Beispiel... 4-3-3. So kann man das machen. Ich mag es auch, die 4-3-3, aber... Heute... Ich habe sie nicht gemacht. Dabei sieht die jetzt, ich verliere die ganze Zeit den Ball. Und davon habe ich, glaube ich, die drei Niederlagen verliebt. Ihr müsst jetzt so nicht in die Kommentare schreiben. Zum ersten Mal hat er verloren. Nee, ich habe schon... Manchmal immer bei der Saison verloren, bei den Bayern. Vielleicht passiert das nicht diese Saison, zum Beispiel... Zum Beispiel, ich spiele ja jetzt hier die Dortmund-Karriere. Und ich hoffe, da passiert es... nicht! Ah! Man sieht hier noch der Wettren. Das sage ich jetzt, so gespart. Nein, ich habe ihn echt gesehen, der Wettrennen. Und... Zweite Chance von Mami zieht ihn. Hier, die Mann. Der wird schlecht sein. Ach, der Milan hält. Oh. Ich habe schon... mehr Balls vielleicht in der... Na, na, toll. Brodmund, Torhüter uns halten! Oh, gut. Ich hätte auch... Ich hätte... gar ein schlechter Abwurf. Ich würde sagen, Abstoß, aber das war ja ein Abwurf. Ja, warum ich die Malen-Karriere will? Gladbach... ist für mich schon... ein... ein... dritter Platz, den ich mag. Vielleicht hätte ich auch Schalke nehmen sollen. Folge 0,4! Schalke! Nee, ich... Irgendwann werde ich vielleicht Schalke spielen. Aber... da werde ich euch dann nix davon zeigen, weil das ist dann... privat. Also ich zeig's ja nicht auf YouTube, sondern ich werde das alleine spielen. All das ist dann bei mir so privat. eigentlich habe ich den Ball... eigentlich hätte ich jetzt schon das 1 zu 0 passieren sollen. Aber nein. Fehlpass. Ich weiß echt nicht, was mit FIFA mit mir los ist. Verstehe ich nicht selber. Gestern habe ich ja drei Niederlagen und da war ich... nicht so traurig, aber ich verstehe ich. Vereinigte Böse, weil ich die drei Niederlagen nicht verdient habe, aber eigentlich... Aber man kann ja auch verlieren. Bei der Saison macht das nichts, weil wenn ich nicht verloren hätte, wäre das schlecht. Noch das ist schlecht, ich wollte eigentlich so rumgehen. Das Spiel kapiert hier nix. Oh, sehr gut. Das war ein Zweikampf. Nein, das war kein Zweikampf. Inklusive... Nein. Oh, immer... Der Stürmer verliert jedes Mal den Ball, wenn ein Abdeckspieler da steht. Können wir das auch anders machen? Hey, das war ein Fehler. Nein, Leute. Oh, ganz knapp beim Tor. Kann man ihn noch tun machen? Jetzt muss ich aber außen rum gehen. Warum geht der nicht außen rum? Ich habe keine Lust, dass es ohne Entschieden endet. Ich will gegen Wunder in Goldstadt gewinnen. Jetzt kann ich mich nicht mehr verlieren. Komm, komm. 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 Die wollen nur da den Ball haben. Ich will nicht verlieren. Genauso wie gestern. Ich mach auch an, was liegt das alles? Liegt das auch nicht? Geh! Was macht der Stürmer da? Dabei verlieh ich den Ball. Hallo, ich wollte selber steuern. Bald bin ich dieses Spiel nicht mehr. Ich kann jetzt nicht vergewinnn. Ich dachte, das wäre Ecke. Seht ihr, wir spielen gleich eine Revouche. Nein, wir spielen gleich nochmal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.